Was ist das denn? Okay, okay. Hör auf, mich mal anzuspucken. Was ist denn das? Wann hast du dir das angewöhnt, Junge? Oh mein Gott, das ist einfach nur Cheaten, was ich hier mache, ne? Oha. Lücken dir an, Alter. Oha. Ciao, Leute, was geht denn? Willkommen zu einem wunderbaren Video. Wir machen heute wieder etwas, was ich ja schon mit Trimax gemacht habe. Ich bin da echt beschissen drin. Allerdings auf dem Server von Alphastein. Jüge. Hallo. Das ist dein Server. Also, das ist schon, ja, perfekt. Wir spielen auf jeden Fall heute gemeinsam mit Alphastein, meine Freunde. Wir bauen heute wieder in Alphastein. Erzähl es mir. Wie viele Sekunden bauen wir was? In Unge bauen wir fünf Sekunden. Ja. In Unge. Also, wir bauen Unge in fünf Sekunden. Eine Minute. Aha. Alter, übersteuerst du. Und? Ich habe fünf Minuten. Ist richtig, Alphastein. Du hast es erfasst. Gut. Ich würde sagen, ich mache einen Timer ready. Okay, ich habe alle Items, Bro. Okay, bist du ready? Ja. Jetzt machen wir auch noch meine Items zusammen. Also, man darf sich die Blöcke vorher immer zurechtlegen. Das machst du so, ne? Ja. Ja, ja. Okay, und du findest es auch vier? Ja. Ja, in fünf Sekunden, was willst du schaffen? Das geht nicht. Alter, ich schaffe alles. Unge in fünf Sekunden ist so easy zu machen. Okay, bin bereit. Wer zählt? Gut. Zählst du runter? Okay. Zählst du runter? Drei? Ja. Drei, zwei, eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Okay. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Also, ja. Was denn? Das ist kein Mensch. Ja, was ist bei dir? Guck. Okay, was geht? Naja, es geht so, Alphastein, ne? Also, es geht so. Außerdem ist es auch unfair, weil ich Dings, äh, ich musste auf die, auf die Stopp-Taste hier drücken. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Wie Stopp? Ja, ich musste die Stopp-Taste drücken hier bei... Mann, wie heißt denn das? Bei meiner Stoppuhr, Alter. Du hast die Stoppuhr für fünf Sekunden? Ja. Junge, du bist so ein Almann. Meine Güte. Privi hatte eben alle Blöcke einzeln gezählt, damit alles gerade ist. Ja, das ist... Wie deutsch kann man sein? Das ist... Mann, jetzt geh rüber auf deine andere Seite, du russisches Monster. Lass mich rüber. Okay. Drei, zwei, eins. Eine Minute läuft ab jetzt. Okay, gut. Simon, okay. Wir bauen Simon irgendwo in einer Minute, Leute. Let's go. Bitte lad mich auf die Insel ein. Ich will keine Steuern mehr, bitte. Boah, das ist so geil, weil ich bin nämlich nächste Woche einfach da. Geil. Hellig. Ja, ja, ich flieg da hin. Du sagst mir, es ist jetzt, vor der Aufnahme nicht. Nein, natürlich nicht. Ich will, dass du dich in der Aufnahme darüber aufgehst, dass ich dich wieder nicht mitgenommen hab. Junge, du bist frech. Jedes Mal. Jedes Mal. Immer, immer wieder bin ich's. Ja, warum gehst du da hin? Weil da so schönes Wetter ist, ne? Ja, tatsächlich. Wegen dem schönen Wetter. Eine Minute geht schnell. Ja, eine Minute geht sehr schnell, Alter. Aber wir sind fast schon so weit durch. Okay, mach, mach, mach. Wie viel? Und viertes Sekunden, viertes Sekunden noch. Gehst du zum Steuerspanische Insel? Nein, Steuerspanische Insel mache ich nicht, nein. Okay, gut. Okay. Sieben Sekunden noch. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und stopp. Okay. Gut fertig. Ich auch. Was ist das? Okay, okay. Alter, schön, oder? Junge, der Arme. Lass mich auf die Insel ein. Das ist meine Bewerbung. Der Arme, Junge, der sieht doch nicht so aus. Ich hab Kotzgefühle. Alter, du kannst doch nicht. Alter, so sieht doch nicht Simon Unger aus. Der hat Haarausfall. Guck mal. Warte, darf ich ihn noch ein bisschen verbessern? Ja. Darf ich ihn noch ein bisschen verbessern? Warte. Okay, guck, wir machen so. Oha, Zähne. Ein Schokozahn. Oder hier, warte, so. Find ich auch gut, oder? Guck ein Zahn. Warte mal, Stein. Ich bin ehrlich. Simon Unger sieht nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Ja, dann zeigt eins. Okay, komm mal mit rüber. Hä, das hat auch nichts mit Unger zu tun. Klar, Alter. Guck mal, der Bart, Junge. Natürlich, der Bart. Oh, okay, hier von der Seite. Hier geht's mit anderen Katzen. Stein auf Null. Ja, ja, ja. Oha, oha. Man erkennt ihn schon, oder? Man erkennt ihn schon. Ja, die Augen, Gesicht hättest du besser machen können, aber... Was, Gesicht besser machen können? Guck mal, was du da gemacht hast, Alter. Was, Gesicht besser machen? Das sieht aus wie ein Alpraum, Junge. Du kleiner A-Sozialer, Alter. Was, Gesicht besser machen, Alter. Junge, Junge, Junge. Okay. Okay, jetzt lass Pixel Art machen. Eins zu eins. Nein, wir machen keinen Pixel... Ich hasse Pixel Art. Das weißt du. Bist du bereit, jetzt für fünf Minuten dir die Zeit zu nehmen? Also fünf Minuten... Ja, für dich gerne. ...hohe Konzentration. Du musst jetzt den schönsten und den besten Simon-Unge, den du jemals gebaut hast, bauen. Schaffst du das? Liebe Unge. Was sagst du? Du liebst Unge? Würdest du von allen Newtonern, würdest du Simon-Unge küssen? Ja. Okay, das ist gut zu wissen. Du nicht? Doch, natürlich. Ich hab's schon gemacht. Ich sag's ihm dann auf der Insel. Okay. Zurücksetzen. Drei, zwei, eins. Countdown läuft. Okay, Stein. Jetzt, let's go, let's go, let's go. Jetzt wird richtig geschwitzt, okay? Ich geb mein Bestes. Ich glaub dir das irgendwie nicht. Ich glaub dir das irgendwie nicht. Aber mach sein Gesicht wirklich eins zu eins. Ich mach jetzt Google auf. Warte. Ich hab auch, ey, ich hab die ganze Zeit schon Google auf, Bro. Ganz Zeit schon Google auf. Junge, Schubler. Was für Schubler, Alter. Darf man das? Ja. Mann, ich weiß doch nicht was im Kopf, wie Simon-Unge aussieht. Ich hab den Jungen ein Jahr nicht mehr gesehen, Alter. Was für darf man das? Was für darf man das sein? Junge, 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 Alter. Simon-Unge. Oh, der hat gar keine blauen Augen. Oh. Nein, hat der nicht. Der hat, äh, braune Augen, glaub ich sogar. Wie, Glaube? Du hast doch ein Bild offen. Ja, ist schon okay. Hör auf, wie anzuschreien. So, okay, das passt soweit schon mal ganz gut. Ähm, dann haben wir nämlich vier. Oh, meins wird gut. Meins wird krasser, glaub mir. Nein. Doch, wird's. Mein Unge ist besser. Nein, ist nicht. Ich konzentriere mich gerade. Ich bin gerade richtig am... Das ist jetzt wie Hörstel, will das so ein bisschen, oder? Mehr. Nee, besser. Ist besser als Hörstel, will das? Okay, okay, alles klar. Glaube ich dir in der Fälle. Ist das so schnell alles? Hm, ist das so schnell. Gut. Okay, wir haben schon 1 Minute 19, ist schon rum. Schwierige Hase an der Stelle hier, wirklich, das so hinzubekommen. Wirkliches Thema. Aber wir sind auf einem guten Weg, Leute. Wir sind auf einem sehr guten Weg hier. Oh, mein Unge wird gut. Mein Unge wird gut. Ich glaube, meiner wird krasser, wenn ich ehrlich bin. Nein. Wenn ich doch... Nein. 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 Ich sag's dir. Wenn ich fertig werde... Hör auf, mich mal anzuspucken. Was ist denn das? Wann hast du dir das angewöhnt, Junge? Wann bist du so? Gehe ich gar nichts an. Du bist nicht so. Doch, ich bin so eine. Ey, was für Barrier? Nix. Das ist für Deko. Deko. Was für Barrier machst du da? Unge. Unge hat keinen Barrierblock im Gesicht, Alter, der Arme. Du wirst gleich sehen. Okay. Nein. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Für ein Lifehack. Okay. Du wirst gleich sehen. Naja, ja, ja. Ich, 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 ich... Kein Plan, was du da machst, aber es wird schon krass. Es wird sicherlich krass. Okay, gut, Leute. Zack. Orange. Nimmst du auch Orange? Ja, macht ja Sinn bei den Haaren, oder? Okay. 2 Minuten 30, Alter. Es wird so langsam... Aber wir schaffen das, Leute. Wir sind sehr gut in der Zeit. Boah, ich bin auch echt ein krasser Spieler, muss man sagen, ne? Also es gibt keinen, der so krass ist wie ich. Ehrlich. Ich hab ja damals auch die Weltmeisterschaft im Master, wie das gewonnen. Wusstest du das? Gibt's nicht. Doch, natürlich gibt's die. Hä, willst du mir jetzt... Okay. Willst du mir jetzt erzählen, dass ich die Weltmeisterschaft einfacher gefunden habe? Wie viel Geld? Wie, wie viel Geld? Wie viel Geld hast du bekommen? Wie viel Gage? Für die Weltmeisterschaft? Ja. 20.000 Euro, Alter. Ich glaub, ja. Ist gut, oder? Ja. So. Boom, boom. Boom, boom, boom. Nice, Leute. Sehr schön. Oh, das ist ein starker Unge. Das ist ein richtig starker Unge. So, wie wir unseren Unge lieben. So, wie wir unseren Unge lieben, Alter. Barrier-Blöcke nutzt er. Was hat der vor, der Junge? Ich weiß es nicht. Hehe. Geheime Trick. Mach mal, boo. Nein, danke. Würde ich an der Stelle eigentlich... Toff mit Merch. Nein, mach ich auch nicht. Warum? Ja, ich bin ohne dein Merch echt glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. So. Akzeptiere ich. Ja? Verstehst du auch, oder? Ja, ja. Okay, sehr schön. Okay, drei Minuten dreißig mittlerweile hier. Geht's, geht's, packen wir. Ist das Ananas? Glaube ich auch, glaube ich auch. Oh nein, war der mit schlecht. Nein. Oh nein, oh nein. Bist du doch schlecht? Oh oh. Bist du ein Bot? Bist du ein Bot, würdest du sein? Ja? Äh, bisschen. Alphastein, peinliche Nummer, peinliche Nummer. Eine Minute Zeit, jetzt kommt nämlich das Krasseste, Alter. Oh mein Gott, das ist einfach nur Cheaten, was ich hier mache, ne? Ist einfach nicht fair, dass ich das hier noch... Alter. Ah, Junge. Kannst du nichts gegen machen? Kannst du nichts gegen machen, Alphastein? Ich sag's dir ehrlich. Kannst du, kannst du vergessen. Kannst du vergessen, hier noch zu gewinnen. Ich gewinn. Nein, kannst du vergessen, hab ich ja gar gesagt. Also ist ja wirklich unmöglich noch. Nee, darauf kommst du selbst nicht. Ich hab so eine Idee, das ist unmöglich. Stimmt nicht. Glaube ich dir nicht, Alter. Glaube ich dir nicht. Und ich weiß auch, dass meine einfach der krasseste Unge ist. Das ist einfach der krasseste Simon-Unge, Junge, den du jemals gesehen hast. So, jetzt machen wir die Pause jetzt. So. Oh mein Gott. Acht. Hier auch acht. Und hier weiß. Okay, Alphastein, die Zeit ist eigentlich rum. Vier Sekunden noch. Wie viel? Wie viel Sekunden? Oh, die Zeit ist rum. Nein. Doch, Zeit ist rum. Warte. Zeit ist rum. Okay, dann brauche ich jetzt auch noch weiter. Okay. Zehn Sekunden on top. Okay. Drei, zwei. Moment. Eins. Okay. Und stopp. Komm. Ich will jetzt. Guck ihn dir an. Oha. Guck ihn dir an, Alter. Oha. Mit Mikro, mit Headset. Alter, Junge, da machst du nichts gegen, oder? Junge. Da machst du nichts, Alter. Okay, Junge. Richtig krass, ne? Oha, aber das ist das falsche Mikrofon. Der hat Schuhe SMB. Ja, ich weiß, aber ich dachte mir, so ist es am einfachsten jetzt halt, weißt du? Okay. Ja, ist schon stark, ne? Aber heftig, heftig. Ist richtig, richtig krass, ne? Es fehlt noch der Hintergrund, wo man meine Rehe sieht. Ja, gut, das, Digga, das war jetzt halt nicht ein bisschen schwierig. Das hast du selber gemerkt, oder? Ja, ja. Guck mir mal hier. Nein, nein. Alterstein. Nein, Alter. Dieser Schnurr, Alter. Diese Augenbrauen. Junge, das sieht aus wie Gamers. Das sieht aus wie Gamers Time. Alter. Nein. Hier noch so ein bisschen Haarausfall. Warte, guck mal. Jetzt sieht er aus wie Simon. Alterstein. Aber guck hier. Ja, das ist ungeheuer. Ich hab geteatet. Guck. Nutzt ihr das noch? Das ist ein Ungeskin. Nein, nein, von früher. Alter, Junge, Junge, Junge. Also, Alphastein. Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, wer hier gewonnen hat, oder? Simon, okay. Genau. 7-7. Hast du dein Soundboard nicht mehr? Nein. Perfekt, ich bin richtig froh darüber. Gut, Leute. Ja, mit dir. Dann würde ich sagen, bin ich an der Stelle froh, dass ich jetzt nicht... Ich habe 10 Minuten. Wir haben mehr als 10 Minuten, Alphastein. Das ist alles super. Tolles Video auf jeden Fall. Ja, ganz toll. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Dann spiele es gerne mal mit Paluten und Co. Und an der Stelle würde ich sagen... Darf ich auch. Du darfst natürlich auch. Gerne, meine Freunde. Mit Paluten. Falls ihr Bock habt, dass das Ganze als Spielmodus auf einen Server kommt, schreibt mal gerne ein Yo-Mach-Mal in die Kommentare und ein Like da lassen. Wäre Zucker. An der Stelle... Und Alphastein abonniert, weil er macht 10.000 Klicks. Ja. Genau, ihr habt es gehört. Abonniert Alphastein, weil er macht 10.000 Klicks. In diesem Sinne, meine Freunde. Ich bin raus, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, danke.